ARD Text im Auftrag von Funk Ihr könnt euch jetzt bewahren Hilf mir, wir müssen uns abbauen, bis die Spitzen rauskommen Du hast eine Ja, ich weiß aber, wir brauchen alle Spitzen Ich sehe hier leider nichts mehr Salz, Salz, schnell Und es nicht dabei ist, aber gut, es geht Ach und geh kurz im Bett fennen, bitte Hab ich schon Sag mal Du hast die ganzen Bei mir kommt sonst immer eine Spitze raus und die Ah, eine Noch eine Noch eine, komm Ja, pass, komm Hier, ich hab vier Stück Gut, dann mach ich jetzt hier zu Bist du bereit? Kann ich zu machen? Pass zu Warte, warte, ich brauch nicht das ganze Fleisch Das tu ich da rein Ich brauch das aber Ähm Nimm den Lava-Eier mit Nimm den Lava-Eier mit Hab ich, ich hab einen Ja, noch einen Ich dachte, du nimmst einen mit noch Pass auf, dass niemand kommt, okay Ähm, das will ich noch machen Ach genau Hast du das D-Ea-Schwert? Hast du, ich brauch alle Spitzen bitte Ich hab dir alle gegeben Federn Hast du dein D-Ea-Schwert? Ja Gut Das Mal spitzen gegeben, sicher? Ich hab dir vier Stück gegeben, ja So, ich hab jetzt sechs Guckt Fleisch dabei Das reicht wohl, ne? Mhm Hast du Fackeln? So, ich hab 36 Pfeile Okay, nice Ich muss aber noch einen neuen Bogen machen Boah, das sind nur noch zwei, drei Schüsse Warte, du hast einen Eisentwert, oder? Ja Gut, ich geb jetzt alles, was ich nicht mehr brauche Da rein Lass mal Fackeln machen, ich hab echt Ich seh nichts Heißt doch Fackeln, sonst sehen die unsere Basis noch Ich seh aber gar nichts Dann mach die Helligkeit hoch Die ist hoch, das ist so ein Bug, weißt du Und wenn ich da abbaue, passiert da nichts Machen wir ein paar, 16 Stück hab ich mir gemacht Oh, das verrät uns jetzt, das hier verrät uns Dener ist Noch ein Leben? Noch ein Leben Ne, ne, er weiß das schon, weiß das schon Muss nicht schreiben Achso Auf jeden Fall Mitgucken nicht, dass die irgendwie Nein, ich hab nicht zugebaut So, ich baue jetzt unsere Dinge ins Bett bei euch jetzt zu Das wird jetzt mal gemacht, oder? Ja Ich sneak hier schon mal so Ja, greif mich instant an, du Skelett So, ich hab noch Skelette getötet Ich hab noch zwei Pfeile Okay, aber ist jetzt egal Wir müssen einfach jetzt Auf Ich muss vergessen, ich Idiot Wie immer Wie immer Und zwar, brauche ich natürlich dann noch Holz Fürs Craften und so Alles schon mal bestimmt vorbereiten Gut, jetzt passt das Gut, jetzt kommen wir schnell raus Oh fuck Alter, ob wir das schaffen Hast du, hast du Steine bereit? Hast du noch irgendwie einen Stack Ich hab, ich hab noch richtig viel Ich brauch ganz, ganz viele Steine Am besten so drei, vier Stacks Da hast du drei Okay Dana ist raus, oder? Ja Und Dana YOLO Okay, Spark ist nur noch alleine Hä, wir können ja auch mal sagen, wer mitmacht Ähm Das sehen wir im Chat Ja, okay, ich hab das hier jetzt Ich hab Tab gedrückt, das sehen wir Warte, warte, warte Komm mit, komm mit, komm mit Ey, Alter Dieses Skelett hinter mir Das kotzt mich jetzt schon wieder an Hier können wir auch hoch schwimmen Nein, können wir nicht Nein, aber Dabei kannst du hier Hier kannst du richtig schön sneaken hinter dir Achtung, Skelett Mit bösen Absichten Ich bin schneller Warte, Achtung, Dicke Achtung, Kopf Jo Müssen wir noch eine Kuh finden hier oben, komm Das erinnert mich jetzt grad vorher Als wir gestern im Nähter waren Du gräbst und ich bin hinter dir Ah Das war dann keine gute Erinnerung Äh Das ist echt Das ist echt Das muss man verdrängen Hast du noch genug von der Jacke? Äh, äh Bisschen weniger als die Hälfte Das ist noch sehr viel Hast du schon gespart Jetzt Ich werde jetzt alle am Kühe suchen Wetten? Oder zumindest Oh, ich dachte das wäre eine Kuh die gemäht hat Warte, machen wir die dazu hier Machen wir die dazu Machen wir die dazu Und hier müssen jetzt entfangen Oh, hast du mich erschrocken? Ich dachte du greifst mich jetzt an Wir müssen Tiere töten hier Damit wir neue Tiere spawnen neue Mops spawnen können Okay Und nebenbei leveln wir dabei noch also Ich habe ein Schaf gefunden Das sah aus wie eine Kuh ey Oh, diese Schafe Muss man hoch Nee Guck, guck Ich wette Die machen es jetzt voll dir In diesem Biom Aus der Kuppel raus Ja, ja, 100% Ey, wo bist du hin? Ich bin an der Kuppel Bei den ganzen Schafen Ich sehe dich nicht Ich stehe hier auf so einem kleinen Lügel Wo bist du? Weiß ich nicht Ich bin da wo wir rausgekommen sind Wo die ganzen Schafe waren Die wir gekillt haben Grade Points Wett brauchen wir Ja Wo bist du? Das ist ironic Hä, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du hin? Wo bist du hin? Oh, da kannst du sein Zweierteam Siehst du mich? Ja Du mich nicht Hallo Ah Ich bin ein tollwittiger Hüpfer hier Hier, wir bauen nur Schafe Ist hier vielleicht eine Bär-Kuh drin? Ey, hier könnte man richtig geil Dias finden glaube ich Wo? Hier drin Ja, aber zuerst brauchen wir eine Kuh Eine Kuh, komm Weißt du was? Verfolge mich bitte mal ganz kurz Und alles an dem Weg einfach hier platt walzen, okay? Wird gemacht Wir machen jetzt äh Kuppelrand Dingsen Ich wette die sind da Eine Spinne Eine Spinne wäre auch super nützlich Job ich seh den Namen Ich sehs Blacks, ich sehs Blacks Da vorne sind zwei Was haben die? Job komm mit, komm mit, komm mit Ich bin hinter dir Du bist aber ein bisschen weiter als ich Job Sneak, 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 Sneak Sneak Siehst du ihren Namen? Sind sie unter uns Ne, ich seh den noch nicht, den Namen Meinst du die haben verzaubert? Boah, wenn ich das wüsste, ne? Wo sind die ungefähr? Ah, da, ja Ist nicht, ist nicht, ist nicht, ist nicht Aber wir haben die Überraschung auf unserer Seite, ne? Ja, wir machen da Lava rein, okay? Nein, siehst du von den Sachen, wir brauchen hier eine Sachen, heiße Fuck Puh, Sironic, ich hab richtig Schiss, ne? Fuck, die haben sich zugewappnen gehabt Pass auf, dass die irgendwie rauskommen, okay? Ja, ja Warte, stopp, stopp Nicht, nicht, nicht zum Loch gehen, sonst sehen die uns Ich lass Lava raus Fuck, aber die haben auch nicht verzaubert Haben wir die nicht? Ne Komm, lass weitergehen, wir brauchen lieber Kühe, dann gewinnen wir jeden Kampf hier Ja Lieber sicher als Sterben Oh, warte, wir machen, ach, was wir machen jetzt hier ist C Ja, ja, stimmt Ja Ich hab jetzt einen mit Freaks und einen mit Splex Der von, äh, Freaks ist aber schon ziemlich absurd Hier ist ein rotes Schaf Ein rotes Sag ich ja Komm, äh, schau, dass wir nicht zu sehr jetzt in die Mitte rennen Wir müssen schon am Rand bleiben, weil, sonst werden die von Teams eingekreist Ja Am Rand kann man sich immer schön hochsteigen, äh, hat den Rücken quasi In der Glaskuppel, ne? Da kann man nicht von, ähm, Pfeilen weggeballert werden Naja, aber ich hab da Ein Trauma von gestern Ja Ich auch Warte, jetzt müssen wir nur Ach man, das sind alles Oha, es geht hier runter Das sind alles Schafe, was ist das denn? Ja Das ist echt, das ist eine Schafbräuhr Es leben noch so viel und ich seh so wenig Leute Wo bist du jetzt lang gerannt? Hier oben, hier oben Siehst du mich? Ja, ja, ja Ey, das ist so, das ist so unglaublich, ehrlich Ich kann es einfach nicht fassen, dass ich hier keine Kuh finde Hast du hier gerade Gras kaputt gemacht? Oder war das ein Schaf? Schafe, Schafe Schafe, Schafe T-S, T-S Was ist denn T-S? Ja Also T-S ist da angegangen Ja, das ist, zum Glück sind wir Skype Ey, ich find da noch keine Kuh hier Müsste nicht im Wald da eine Kuh irgendwie sein? Ja, komm einfach mit, komm Wir finden jetzt hier im Wald eine Na, das schaffen wir Eine Spinne, eine Spinne Vier Bogen, komm schon Denk dran, das ist immer gefährlich Wenn jemand mit einem Bogen kommt, sind wir Kanonenfutter für den Was macht die Spinne da am Baum? Ja, ich hab zwei, nur noch eine Spinne Die Chance ist sehr hoch, dass wir das kriegen von der Also wir haben zum ersten Mal eine Spinne gesehen Dann ist doch die Chance auch hoch, dass wir jetzt mal zum ersten Mal hier in diesem schönen Wald eine Kuh sehen, oder? Warte, da könnte sich doch eine Bärkuh verirrt haben Bist du, bist du, bist du Ich bin hier unten Na, okay, hier ist keine Bärkuh Bärkuh? Du meinst Höhlenkuh? Meine ich ja Ah, da bist du Ja Spark lebt noch, soweit ich weiß, oder? Mhm Warte, dass wir hier irgendwie Von oben Die Kuh suche von oben Ja, jetzt hab ich den Einsprung nicht geschafft zu passen Hm Ey, das kann nicht sein, das kann überhaupt nicht sein Ein Wald Ich seh die Kühe vor alter Bäume nicht Boah Bestimmt rennt hier irgendwo so ne, rennt hier so ne Herde rum Ja, alle Kühe so auf dem Haufen Einfach schaust du bei mir, achte ein bisschen auch auf den Namen, okay? Ja Ach, mehr so, auf Kühe Aber du kannst auch mal ein bisschen nach unten schauen Ich hab nur noch drei Steaks Ich hab noch vier Hey, was Wieso Wieso find ich keine Kühe? Ja Mit J-Mars Blacks im Team? Mit Gulo Gulo, okay Bist hinter mir, oder? Wenn du mich verlierst, sag sofort Bescheid, okay? Mhm Hm Gino Ey, wir sind ja schon wieder im Winter-Bio Mhm Was war das? Ein Huhn Ey, das kann nicht sein, das kann nicht sein Wir sind gleich in der Gegend von Flix Schon wieder? Ja Der macht mit Picks, ne? Kann sein Ist das die gleiche Liste wie vorhin nicht, oder? Ne, ne, glaub ich nicht Guck mal, unsere Waypoints sind da hinten alle Oder? Ja